Auf rechts, 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 rechts. Hast du noch Granaten? Einmal. Hab ich, hab ich, hab ich. Wir müssen jetzt weiter. Hih. Erst mal ins Haus rein. Wieso? Ja, guck. Ähm, muss ich da zu diesem Tor was sagen? Muss ich zu diesem Tor was sagen? Nö. Ich bin ein Soldat und komm hier nicht rein. Ja. Oh, fuck. Den hab ich hier gar nicht gesehen. Wackel deinen Arsch da weg, Junge. Warte, ich geh außen rum. Powerfiel, voll. Hinten. Er lebt noch. Lol. Weiter. Hat er mir den Deckung zerschossen, der Bastard. Entschuldige, das war ich. Warte. Hm. Nachhören, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, ich weiß. Piss dich, Alter. Meine Fresse. Deckung verloren. Ich geb dir Deckung. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Oh, toll, und hier war nix. Haha. Oh. Komme. Nein, das Problem ist... Das war das Problem. Ich kann mich nicht richtig bewegen, so. Hä? Gut werden. Ja, aber... Alter, das ist gleich einer. Sehr gut. Ah, das war eine Scheiße. Das Auto, das Auto, das Auto. Ah, genau, von daher hab ich auch angeschossen. Weißt du ja jetzt gar nicht, wo du bist. Guck mal auf deine Karte links A. Ach, da. Ender eingesetzt. Killed plus Headshot. 20 Punkte, lol. Aua, 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 aua. Was haben wir denn da Schönes? Exklusive Fässer? Von irgendwo greift mich einer an. Das war jetzt gerade eine unspektakuläre Explosion. Fotze, Alter. Die Leute, der hat mich angegriffen. Solche Fotzen? Wo kam der denn jetzt her? Nachher noch. Fuck it. Fuck it. Nein. Warte, ich tipp mal drauf, dass es das Festnetz von uns war, weil der schickt ja keine Nummer mit. Ich hab mir eine Handkran an mehr. Fuck. Ich aber. Hoppala. Na geil. Bravo, weiter jetzt. Rios, wir sind bereit. Gut, wir auch. Die Planen da drinnen im Hinterhalt. Wir schaffen das schon. Sir, wie wär's mit dem gleichzeitigen Angriff? Wir gehen alle gleichzeitig rein und greifen sie von beiden Seiten an. Klingt gut. Macht euch bereit. Auf Alphas Zeichen geht's los. Verstanden. Fertig? Gag, gag, gag. Du nimmst rechts nicht nur links. Das ist rechts nicht viel. Stand nur eine Sprache. Ah, bei links standen wir auch nur zwei. Oh, 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 oh. War ich das jetzt? Hm, das wird irgendwas. Ups. Ist das für mein Gelaber über deine Schwester? Bleib einfach uns. So geht das, Mann. Hahaha. Riecht die Tür. Riecht die Tür auf. War doch nicht aufberechtigt. Scheiße. Sie nach hier. Er kommt zu spät. Verdammt. Sie hat sich gewehrt. Scheiße, ich wusste es. Hast du das gehört? Doch nicht. Das sieht eher nach hier aus. Okay. In zwei Minuten stürmt sicher das scheiß Kartell auf uns los. Augenblick. Was ist los, Rios? Alpha, bring sie dazu rauszukommen. Bravo, Salem, Augen auf. Rios, wir sind mitten... Ich bin Alpha, du bist Bravo, ne? Hm. Das ist unser scheiß Problem. Du hast 30 Sekunden. Nein, Abmarsch. Ich riskiere doch nicht mein Leben und das dieser Frischlinge für ein Mädchen. Wir hauen ab, nehmen das Geld und gut ist. Der Mann hat recht, Rios. Geh, wenn du willst. Ich nehme sie mit dir raus. Rios, ich bin's. Dein Partner, dein Bruder. Warum ist sie dir so verdammt wichtig? Sie ist unschuldig. Mann, sind die hässlich animiert, die Beine von der Alten. Hm, irgendwie schon. Und wenn ihr klug seid, kommt ihr mit. Alles wird wieder gut. Okay? Alles ist gut. Das ist irgendwie immer so Nebencharaktere, die überflüssig sind, die werden scheiße animiert. So ist das recht. Spart man sich das Geld. Das ist bei EA sowieso Standard. Ich mein FIFA 13, die Zuschauer. Ja gut, mich interessieren die Zuschauer nicht. Ich weiß, aber... Das war jetzt nur ein Beispiel, aber... Ja, ja, sicher. Ich kann jetzt auch noch so ein scheiß Mädchen beschützen. Ey, ich muss auf meinen Arsch aufpassen. Soll ich noch auf ihren aufpassen? Geh mal weg da. Ich muss noch auf wir seinen aufpassen. Ich weiß jetzt, dass wir hier sind. Geht weiter. Ich bleib hier und beschütz das Mädchen. Oh, oh. Wir kommen hier schon raus. Fotze. Bring dich hier raus. Also ich würde die auch rausbringen, das Mädchen. Das ist alles jetzt so nett. Oh, ich bin falsch gelaufen, oder? Nee, ist alles gut. Oder? Nee, wir kommen hier gar nicht durch, ne? Wir müssen ja da, wo die herkamen, da müssen wir lang. Ja. Wo kamen die Schweine? Ach, hier. Weißt du? Ja, gut. Ha! Oh. Na, kommt schon. Da ist auch irgendein Pisser hier. Ach, hier grabst du manchmal ein paar Granaten auf, ne? Echt? Ja. Ist mir noch gar nicht aufgefahren. Guck, du hast wieder drei Granaten. LOL. 32.000 gekriegt, Alter. LOL. Wer 19? Ohne. Ohne Visier wahrscheinlich. Veteran. Holo-Visier. Die könnt' lesen. Die haben Augen im Kopf. RPD. Halt dich, ich fasse. Deine Mutter. ACOG-Visier. Standardvisier. Heißt der nicht ACOG oder ACOG? Fuchsenatter. Schick. Distanzvisier. Geil. Lololololololol. Gleich mal auf meinen Schauspiel aufmachen. Du hast mich zweimal geheilt? Echt? Hab ich? Weiß ich nicht. 2.000 Mal. Ja, das ist das. Deswegen frag ich dich ja gerade. Och, Penis. Penis, Penis, Penis. Hey, jetzt singst du da bitte. Oh man. Was? Alleine ruf mich um 16 Uhr an. Was soll die Scheiße? Das ist so ein Scheiße. Alleine ist es Samstag. Und die gehen mir auf den Sack. Das kann auch nicht angehen. Oh, weißt du nicht. Ist ja so, ne? Ist ja so. Mach mal das Fenster wieder auf. Wieso? Ist langsam heiß hier drin. Ist das heiße drin und liegt das nur an mir. Ganz aufmachen kannst du es nicht? Könnte ich. Soll ich? Das ist dann jetzt nur eine Frage. Weil ich hab mein Fenster immer ganz auf. Ja, ne. Ich hab da nicht aufwiegend die Sonne. Hast du das mal auf den Schrank da? Ja, Sonne. Ja. Die Sonne war. Aber da geht das halt nicht. Ja, das ist egal. Besser als vorher. Puh. Falls. Ich glaube, wenn es ein Fremder hier reinkommen würde, wird es richtig nach Männergeruch stinken. Wir sind auch zwei Männer. Das ist richtig männlich. Versteht ihr das jetzt bitte? Na, egal. Ist doch eh schon egal. Ich wollte gerade sagen, die verstehen das sowieso, wie die wir wollen. Ich brauch erstmal ein anderes Visier. Das geht mir ein bisschen. Sogar ohne. Boah, schöne gute Look und ja. LOL. Ich hab doch keine 32.000 gekriegt. Wieso hab ich nur so wenig? Egal. Ach man, die Leute sehen mein PS-Network. Ach, egal. Insgesamt. Haben wir schon. Ja, hab ich jetzt auch gemerkt. Na und? Ja, hallo. Ich hab meinen Skype-Namen auf. Jetzt hab ich sogar meinen Kanal drin. Ja? Ja, ist kein was anderes. Hm. Ich weiß nicht. Ist das ein Einzelschuss oder was? Feuerrate? Kann ich irgendwie... Kann ich auch irgendwie... Was hier ist? Die ACR. Oh ne, hier gibt's noch mehr. M1. Geil. Ach, geil. Ganz ehrlich, eigentlich ist die gar nicht mal so schlecht, diese... Ne, die M4 ist gut. Ja, bloß ich wollte mir irgendwie mal ne neue holen. So langsam lame, dass ich immer mit der M4 zocke. Na, bei mir ist das ja nichts Neues auf dem Kanal. Da kannst du ja zocken, wo du willst. Gold poliert. Oh, das sieht so geil aus. Ja, ohne Spaß. Das ist doch voll genial, man. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Meine Pisa. Was kann ich denn bei der alles... Was, bei der kann man nur die Skins machen? Mhm. Ach, das ist doch scheiße. Wieso, du kannst auch den Griff machen? Nein, ich mein, man kann die Waffe nicht pimpen. So mein ich das. Nicht? Sag mal. Hast du die Skins? Hauptteile? Tatsächlich. Oh, Pech. Scheiße. Painless. Die MP kann ich schon, ne? Ja, klar. Hab ja vorhin versucht. Irgendwie gibt's hier nicht so das Weiß, oder? Verschwindungsbremse. Geschiss und so, ich bin wieder pleite. Ich bin gleich. Ich noch. Unteraussatz. Seitenaussatz. Gibt's da so jede verfickte Waffe? Mhm. Ist auch gut. Heldenkopf. Oh ja, das ist so geil, dass man den Kopf drin hat. Das ist so ein geiles Feature. Mhm. Der High. Ja. Machst du nachher Captain America, oder was? Nee. Machst du ihn nachher in der Battlemaske? Alter. Das wird auch genial, Alter. Also ich nehm nachher die Pandamaske. Das kommt drauf an, wie die Feature hier sind. Blume. Moderne Tau. Axt. Also ich nehm nachher den Panda, das steht fest. Der ist cool. Eishockey. Lol. Lol. Mhm. Das ist krass. Das ist nicht schlecht gemacht. Ist das nicht von Pirates of the Caribbean? Ich weiß es nicht. Kann unmöglich sein. Ninja. Nur aus deinen vorhandenen individuellen Masken. Aus der Stelle offline neue Masken. Das geht anscheinend nur um Singleplayer. Mal gucken. Nee, weil ich wollte mit dir. Ja. Ich mach erstmal jetzt meine... Sekundäre ist mein Sturmgewehr. Ach nee, ich... Ach so, lol. Also mach ich jetzt erstmal so? Das ist mein Sturmgewehr. Machst du doppelt oder? Haha. Maske und die Klamour und dafür. Ach geil, man muss das nicht immer wieder neu einstellen. Man muss die nur anklicken und dann hat man die wieder so in der Farbe. Frage ist jetzt, ob es auch dafür ein extraes Tattoo gibt. Das ist natürlich komplett geil gewesen. Geh mal runter. 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 Da, ganz links. Nein. Ich mein, das Tattoo, was zum Outfit passt, so meine ich das. Dass man irgendwie so ein einheitliches Ding machen kann. Da ist doch... Mit Tour kriegst du und alles. Ist doch voll cool. So, Mission. Allein, was die Leute immer auf dem Sack gehen, ey, ist unmöglich. Dir. Ja, das kann nicht sein. Du bist die unwichtigste Person, die ich kenne. Und die Leute gehen dir auf den Sack, das verstehe ich. Natürlich. Das verstehe ich nun mal gar nicht. Okay, das hätte jetzt auch der Rolf Petersen von unserer Firma sein können, aber ich glaube ich nicht, dass der mich... Alter, wenn du keine Arbeitszeit hast, hast du keine Arbeitszeit. Ich weiß. Achachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Vielen Dank.